Hey, seid ihr schon da oder was? Okay, hier ist Mr. Deluxe live und direkt aus dem Karo Viertel in Hamburg City und ich muss irgendwie diese Dose hier noch zum Klackern kriegen, damit es den authentischen Graffiti-Flavor hat. Oh, richtig schön, nice, dreckig, I like that. Sind das Bullen? Ne, ne? Alles gut, wir sind noch safe. Deluxe, Baby. So, herzlich willkommen zu Yo Sam TV Raps, zweite Folge live aus dem gefundenen Fressen, beziehungsweise jetzt sind wir noch vor dem gefundenen Fressen und hier ist mein Mann von Viva Can Agua, der mir mal ein richtiges Mai gibt, also gehen wir mal da rein in den Laden und sagen herzlich willkommen Hamburg City, oh mein Gott. Yo, 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 Rapper sagen yo, Sam Samilli wieder da, extra smarter Flow, meine Brille ist beschlagen, was soll ich euch wohl sagen? Vito macht den Scheiß mal sauber, kann mich nicht beklagen, bei mir ist alles gut, wie sieht's bei euch aus Hamburg? Okay, wunderschön, ich muss erst nur meine Brille wieder kriegen, ich kann nicht meine Show anfangen und nicht sehen, wer hier vor mir sitzt. Okay, wir fangen so an, ich sag Yo, yo, Rapper sagen yo, genauso. Was geht ab Hamburg, geht's euch gut? Wow. Krass, Alter. Ich hab das nicht bedacht, dass mir das jedes Mal passiert, wenn ich in diesen Laden reingehe, dass meine Brille beschlägt. Scheiß, Alter, das ist richtig Amateurfehler, wieso hab ich damit nicht gerechnet? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt drin, wie geht's Vito? Meine Hände sind kalt, sorry. Alles gut. Ich hab da draußen gerade mies getaggt, Digga. Hab ich gesehen. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Ne, außer ein, zwei Leute, die hier saßen und es hier übertragen wurde, hat es glaube ich keiner gesehen. Okay, cool, dann bin ich froh. Ich muss hier immer ein bisschen aufpassen. Ja, voll. Hey, was geht ab, Digga? Wir haben gestern Abend ein bisschen Action gemacht. Ja, wie hat's dir gefallen gestern? Es war insgesamt, ich weiß nicht, Alter. Irgendwas war so ein bisschen so komisch. So im Gesamtfeeling einfach von, wie dieser Event. Irgendwie war da kein Flow in der Veranstaltung und wir sind so gewohnt, auf die Bühne zu kommen und Sachen entwickeln sich, weißt du? Ja. Man fängt an und dann checkt man, was die Crowd einem gibt, weißt du? Und dann ist es irgendwie so wie so eine Konversation. Aber dadurch, dass ja immer abwechslend gespielt wurde, ist nie so ein Gesprächsflow entstanden mit dem Publikum, weißt du? Nie. Und, ja, ja. Ich hab auch viel gehört, dass die Akustik nicht so gut war und dadurch konnten sie eh nicht wirklich die Leute in der Halle draußen wohl in den Rechtern schon das verstehen, was ihr hin und her geschrieben habt, aber in der Halle war es ein bisschen unverständlich. Genau, und wir konnten die eben auch nicht verstehen, auf jeden Fall. Das war echt strange. Aber, naja, werden wir auf jeden Fall noch viel drüber reden, denn unsere Gäste heute Abend, ich sag's jetzt schon mal, sind meine Teampartner von Team Reality Check. Mein Mann Echo Fresh und Afrop. Mach mal ein bisschen Applaus an uns. Dankeschön, Dankeschön. Genau, mit denen werde ich heute ein bisschen Recap über diesen Event haben und weil natürlich auch Weihnachten vor der Tür steht und das ist jetzt unsere letzte Sendung. Wir haben ja hart überlegt, ob wir es überhaupt machen, weil es irgendwie eigentlich vor zwei Wochen war die erste Sendung und wir wollten es so monatlich machen, haben dann gemerkt, okay, von Mitte Dezember bis Mitte Januar sind wir irgendwie alle weg. Und dann haben wir es jetzt extra noch gemacht, um da so eine Regelmäßigkeit reinzukriegen und dann hat es sich natürlich angeboten, das genau hinter diesem Event zu machen, weil die Boys eben hier eh dann für mich heute in der Stadt geblieben sind, was sehr nett ist. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar fette Acts am Schluss. Unfassbar, ich bin hier vorhin rumgelaufen, sehr schöne Gesichter, alte Gesichter, neue Gesichter. Voll, da fühlt sich gleich jemand angesprochen bei schöne Gesichter auf jeden Fall. Wunderschön. Auf jeden Fall, genau, und ich werde heute mit den Boys ein bisschen über diesen Soundclash reden, aber wir werden auch so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung schon mal so einläuten. Weißt du, weil man wird damit überall konfrontiert, aber keiner weiß, wie Rapper wirklich Weihnachten feiern und wie wir den Scheiß sehen. Deshalb können sich die Leute auch darauf gefasst machen, denn wie gesagt, ein paar fette Performances am Ende, aber ich gehe jetzt erstmal hier rüber zu meinem Tisch, aber kriege ich noch einen Drink, Dominik, was ist los da? Dankeschön. So. So, haben ein paar von euch Leute, die hier jetzt in diesem Raum sitzen, oh, gestern diesen Soundclash gesehen? Okay, ihr wart dann auch die, die bei den Fans auf unserer Seite waren, weil die waren eben viel weniger laut und euphorisch als die vom Team Nu Level, ich sehe es schon. Wir haben eben die älteren Fans, ihr habt nicht mehr diese jugendliche Euphorie, ich kann euch das nicht übel nehmen. Das ist immer erstmal ein Intro, erstmal das Publikum dissen. Dann emotionale Reibung, das erzeugt dann irgendwas. Und jetzt introduce ich einen meiner Teampartner, der kommt jetzt hier gleich rein. Sie nennen ihn den König von Deutschland, der war heute tagsüber noch in einem Kinderheim. Zwei Stunden oder so ist er noch gefahren, um irgendein Kinderheim zu besuchen, wo er nächstes Jahr einen Auftritt hat. Und ist einfach ein krass engagierter Dude, der jeden Tag irgendwas macht. Immer wenn ich mit dem Mann geredet habe, ist er hart am Hasseln. Er ist, glaube ich, der Ultimate Hassler aus Deutschland. Machen wir Lärm Hamburg City für den König von Deutschland, Echo Freezy. Tag Hamburg City, alle. Was geht ab, Echo? Was geht ab bei euch? Schön, hier zu sein. Du hast einfach nochmal einen harten Trip hinter dir gehabt. Ich dachte so, ich hatte so gehofft in meinem Kopf, so Echo kann bestimmt, das fängt ja erst abends an. Er kann den ganzen Tag entspannt im Hotel chillen und du hattest voll anderes Programm, oder? Ja, leider nicht, leider. Hat mein Manager, habe ich dir gerade privat erzählt, der hat einen Fehler gemacht. Und zwar war die Adresse von diesem Kinderheim irgendwie Hansa Viertel oder Hansa irgendwas. Und der meinte, ja, das trägt in der Nähe von Hamburg, weißt du. Und heute Morgen habe ich mich ins Auto gesetzt, habe ich das eingetippt, 270 Kilometer. Also bin ich erst mal dahin und dann wieder zurück, gerade hier angekommen. Ein Applaus für Echo Freezy's Engagement für Kinder. Danke, danke, danke. Nicht dafür. Das war eine coole Sache. Die Jugendlichen hatten so, die haben sich so irgendwie, da waren, wegen dieser Flüchtlingswelle wurde deren Heim zugemacht. Und jetzt, wo viele, wo das irgendwie nicht mehr so war, haben die das nicht zurückbekommen. Da haben die sich bei der Stadt beschwert, wo die, wie soll ich das sagen, viele sind irgendwie zurückgeführt worden und andere haben Wohnungen bekommen. Also das Flüchtlingsheim war dann leer, aber die haben das dennoch nicht zurückbekommen. Das war die Geschichte. Und dann haben die der Stadt gesagt, das war unser, wir haben das gerne abgegeben, aber jetzt würden wir das gerne dann halt wieder haben, wenn es leer ist. Und jetzt haben sie es bekommen und es wurde irgendwie renoviert und bla und da waren wir. Und da performst du? Da performe ich bei der Eröffnung sozusagen und heute war das, um sich das anzugucken. Aber eigentlich war ich mit dem Kopf die ganze Zeit bei gestern Abend. Ja, war schon irgendwie, also das ist schon so ein Ding, was natürlich einem anders im Kopf hängen bleibt als ein normales Konzert, was man so spielt. Auf jeden Fall. Dieser ganze Aufwand sozusagen, der da drumherum war und das war natürlich auch Druck, auch auf deinen Schultern, das war ja quasi auch dein Team, deine Band, deine Stadt, aber auch bei uns, weil man will das ja sauber hinkriegen und ja, ich fand es cool. Ja, doch, der hat Spaß gemacht. Ich fand, wir hatten ein gutes Teamwork, deshalb holen wir jetzt auch mal unseren dritten Teampartner dazu. Ihr wisst, wer es ist, ich muss ihn jetzt nicht mehr großartig ankündigen, er hätte schon grandios in der letzten Sendung hier performt, er zählt sein Geld abendlich allein im Keller, es ist kein geringerer als der unglaubliche weltbekannte Afro. Äh, also vorhin habe ich ihn noch gesehen. Afrob ist eben so ein, nobody can control Afrob, weißt du? Nicht mal, nicht mal Redaktionsmenschen und Manager und irgendwas. Ah, da guck mal, wer da reinkommt. Wie der gottverdammte Weihnachtsmann. Mit einer Flasche Wein in der Hand. Ho, 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 ho. Genau. Wieso lief das nicht, als ich reingekommst? Beste Mann, beste Mann. Danke, ihr wart auch ganz gut. Was magst du nicht, den Wein, den wir hier verkaufen, oder? Die haben mich gefragt, welche Sorte ich möchte und da ging es erstmal darum, Spätburgunder, aber du hast recht. Das ist ein Spätburgunder, sehe ich gerade. Ich wollte aber einen Grauburgunder. Oh, naja. Ich nehme den Hauswein hier, den die hier verkaufen. Okay, dann machen wir auch hier für den Scheiß keine Werbung mehr. Ja. So, kein Product Placement meiner Show. Du weißt, ich habe ja nichts zu melden hier. Das ist entscheidend andere für mich. Ja. Was geht? Müde. Ja? Ja. Ausgepowert. Hast du noch Afterparty gefeiert? Ich musste noch zur Afterparty, weil ich so viele Gäste hatte, die konnte ich da jetzt nicht draußen stehen lassen. Dann bin ich da raus, habe diese zwei Clubs mitgemacht, bin um drei Uhr nach Hause, bin erst um halb fünf dort angekommen, ich weiß nicht warum. Wir haben Tanker halt gemacht und dann haben wir ewig gegessen, aber dann kam ich zu Hause an und habe den Stream hier nochmal angeguckt. Echt nachts noch? Nachts noch angeguckt und bin dann echt spät eingeschlafen, aber ist okay. Ja, wie fandest du den Stream? Ich habe es mir nicht mehr angeguckt, ich kann es nicht bewerten qualitativ, wie das... Also ich muss schon sagen, die Jungs, also das Opening von denen war schon ziemlich nice. Also was wir gestern auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass es da ein Movement gibt, was sie vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und es ist halt krass die Essenz von Rap auch, es ist so frisch, es ist enthusiastisch, es ist eine Bewegung und es ist halt, was Rap halt ist, es ist jung. Ja, voll. Ich habe die Crowd auch tierisch gefühlt von denen. Das war eben genau das Element, wo man dann auf einmal die Musik auch immer viel besser versteht, wenn man Leute dazu tanzen sieht und sieht, wie die Körper darauf reagieren. Ja, und ja, ich finde, wir haben unsere Sache auch gut gemacht. Also ich denke, das war recht ausgewogen und ich hoffe, die gehen mit was nach Hause. Und wir, glaube ich, ich glaube eher, wir sehen das eher technisch, was wir in Zukunft anders machen würden, wenn wir nochmal so ein Event hätten, aber so rein nur analytisch. Aber im Endeffekt, denke ich mal, es war ein cooler Abend für alle Leute, die dazu geguckt haben, dass wir mal so direkt einen Vergleich haben, was leider halt ein Problem war, dass wir unsere Stärken nicht so wirklich ausleben konnten, weißt du, weil dir immer so zwischendurch wurde immer gestorbt, dann ging es wieder ruhig. Ja, das meinte ich auch gerade zu Vito, es war nicht so, wie als wenn die Konversation immer unterbrochen wird, so, weil irgendwie ist eine Show eine Konversation mit dem Publikum. Also für mich super wichtig. Aber wollen wir mal kurz so die Station durchgehen, also Intro, wir haben unsere drei Songs gespielt, ich muss erst mal zugeben, ich habe Weck mich aufverkackt einfach, ich habe die zweite Strophe als erste Strophe gerappt, das ist mir noch nie passiert. Das ist echt einer von diesen Songs und da gibt es nicht viele von, wo ich echt behaupte, ich kann in dem Schlaf rückwärts rappen, so oft habe ich den performt, aber ich habe wirklich, ich bin, genau, und dann habe ich eben wirklich die erste Hälfte der Strophe, der zweiten Strophe, die ich als erstes gerappt habe, so überlegt, so fuck, ist das jetzt überhaupt möglich zu stoppen? Und weil das lief ja alles dann gesinkt mit dem Timecode für die Grafiken und ich wusste einfach nicht, ob es technisch geht und muss es dann durchziehen und dann habe ich aber jedenfalls in der zweiten Strophe dann die erste gerappt und die auch richtig nice trotzdem performt, so da war ich dann ein bisschen stolz auf mich, aber trotzdem, super scheiße, die Show so anzufangen, ich fand da eure beiden Nummern, also klang für mich super geil. Also du hast das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Nee, gar nicht. Das ist gut, aber das ist ja immer das Ding, was man sich auch als Profi sagen muss, weißt du, wenn du einen Fehler machst, so ey, höchstens, weißt du, zehn Die Hard Fans kriegen das jetzt wirklich mit, oder, weißt du, ich meine selbst, ich wusste, Afrop fällt es bestimmt auf, so, aber gut, das ist dir nicht aufgefallen, ne? Aber ich kenne den Song auch, aber irgendwann war man da im Flow drin, so, das ist mir nicht aufgefallen. Also es ist auch ganz selten, dass er sich verrappt oder irgendwas, also ich habe auch Aussätze manchmal bei Reimemonster, ne, da gibt es so Parts, so, es ist halt auch die Gefahr, das ist quasi eine Falle, wenn du den Song zu gut kannst, ja, quasi im Schlaf hin und zurück, so, dann kann es einfach sein, dass du einen krassen Aussetzer hast, so, weißt du, also irgendwas beschäftigt dich gerade, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in einem Kopf vorgeht, während man rappt manchmal, ja, dann denkst du, okay, den Text kann ich so, den kann ich recht gut, ich check mal, was hier los ist und so und dann ist die Falle, das ist immer gut, wenn jemand da ist, der dich dann deckt, ne, dafür sind die da da. Auf jeden Fall. Also bei Quotentücke, das ist ja eigentlich normalerweise mal am Ende von meiner Show, da war es halt mal am Anfang, es war, wie der Robbe gesagt hat, eher so technisch, weißt du, man hat auf so viele Sachen geachtet, ob das im Ohr richtig ist, ob man sich richtig hört, also ich bin da nicht so abgegangen körperlich, wie ich das normalerweise mache, normalerweise renne ich da, was das Zeug hält, aber ich habe eher versucht, das so gut wie möglich deutlich zu rappen und dass das immer gut rüberkam und so und das war so, weil du eben meintest, so, man, was man sich dabei denkt, während man so diese Dinger macht, aber ich war eigentlich zufrieden, das hatte ja so einen geilen Anfang irgendwie mit dem, mit dem Vorhang, das hat Spaß gemacht und dass es der Anfang überhaupt war, war einfach eine coole Sache für mich mit Quotentücke. Voll. Get up, warst du happy? So in dem Moment, wo wir es gespielt haben, jetzt beim Livestream? Ja, also erstmal, weil Alex ja auch dazu kam, man hat das ja auch das erste Mal mit mir gemacht und so klang das nicht, aber ja, das war auch am Anfang der Show, erstmal hast du dir die Sicherheit geholt, so ein bisschen und ich finde, es lief ordentlich, also keine Fehler und so, aber wenn ich nochmal entscheiden könnte, würde ich es vom Platte spielen. Nichts gegen die Band, die Band hat das super gemacht, bei den Proben klang das einwandfrei, aber es ist wirklich ein Unterschied, ob du das von Band spielen lässt oder von Platte. Wenn du eine Band hast, die da wirklich in dem Thema drin ist, die das ein Jahr schon spielt und so, dann ist es schon was anderes, weißt du, die Jungs wurden ans kalte Wasser geschrieben, also nochmal Props an die drei Jungs, an Hazy, Moritz und Mats. Mats oder Max? Mats. Genau, bitte. Und Alex hat es auch einwandfrei gemacht. Ja, dazu wollte ich etwas sagen, die erste Hook, das fängt doch mit der Hook an, da war sie glaube ich noch nicht auf der Bühne oder ihr Mic war noch nicht? Ihr Mic war nicht an, ja. Das habe ich beim Stream nämlich gesehen, da fing Sam an das anzusingen und da war auch genau an der Stelle die Cam auf dich, da war das so, als hätte er es singen sollen, er könnte es theoretisch aussehen. Habt ihr auch ein bisschen mal gehört, oder? Die Barry White Stimme habe ich dann. Ich habe mir das heute Morgen angeguckt. Ich war zu neugierig, musste gucken. Ja, ne? Vor allem heilig natürlich, wollte ich gucken, wie das jetzt war. Voll, genau. Aber dann kam erst mal, haben wir unsere drei Dinger gemacht, dann, fand ich, hatten die auf jeden Fall den spektakuläreren Anfang, weil bei uns das so komplett unvermittelt anfing. Du weißt, auf einmal fällt ein Vorhang und dann, okay, so fangen wir an. Und bei denen gab es irgendwie dann, weißt du, schon flog dieser Komet rüber und irgendwie, weißt du, war so die Attention da, dann sah man da schon die Silhouetten, dann ist das Ding gedroppt. Ich fand, die hatten einen Hammer Anfang auf jeden Fall. Auch die ersten drei Lieder, fand ich, waren Dinger, die standen denen richtig gut einfach, weißt du. Da hat man von jedem einfach den Style gestellt. Die hätten wir einladen sollen eigentlich heute. Eigentlich ja, ne? Ja, ne? Ich wusste eben nicht genau, wie es läuft. Hätten wir mal abkommen. Haben wir aber nicht gemacht. Ja, ist okay. Dann, genau, also ich fand echt den Intro Hammer und vor allem einfach dieses Movement, weißt du, was wir eben gesagt haben, die Leute, die haben einfach geile Fans, ne, so, oder einfach die, die Leute haben es irgendwie hart celebrated, so. Und, äh, was war danach? Dann kam schon mein Blog, ne? Ja, stimmt. Dann kam schon die erste Prüfung. Also man hat, aber, das muss man dazu sagen, in dieser ersten Pause dann wirklich gemerkt, wie das Publikum aufgeteilt war, dass die da, wie du sagst, ihren Blog da vorne hatten sozusagen, die anderen gar keinen Bock darauf hatten, obwohl das Intro voll super war, aber die wollten den gerade bei der ersten Pause so zeigen, ne, das sind unsere Jungs, so mäßig. Und ich glaube, das war so, das ist auch immer so ein psychologisches Spiel, so, ne? Und dann ging es ja weiter mit meinem Blog. Ja, genau. Ich glaube, aber insgesamt hat mich da auch das ein bisschen gestört, dass vielleicht die Welten so zu weit voneinander entfernt waren und kein Common Ground, weißt du, gefunden werden konnte irgendwo. Das ist nicht, weil irgendwie finde ich es auch geil beim Soundclash, wenn man irgendwann checkt, so, boah, was die anderen machen, ist geil. Und dann noch, weißt du, aber das Publikum war, deren Leute haben nur für die geklatscht, sogar als ich am Ende den Props gegeben habe, hat da keiner gesagt, danke, weißt du. Also das ist so. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass bei denen, dass das nicht so war, dass die uns überhaupt nicht mögen, die Fans von denen. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, aber die mögen halt mehr das neuere Zeug und finden halt den Sound geiler. Aber ich hatte, man hat auch nicht so viele Mittelfinger von da drüben gesehen in unsere Richtung, weißt du? Ich habe viele bei uns da gesehen. Von unserer Seite war es wesentlich mehr, ne? Und das ist halt auch, so diesen Sound, den die machen, ist halt auch ein Politikum, ne? Also, sobald du Autotune machst, dann geht es gar nicht mehr so um das Handwerkliche, sondern nur noch... Viele mögen es pauschal. Pauschal nicht, genau. Und das ist auch ein riesen Problem, dass Leute verstehen müssen, dass Rap immer offen ist für alle Leute, ja? Und dass jeder das Recht hat, das so zu interpretieren, wie er möchte. Und das Recht hatten wir auch, als wir gekommen sind. War ja nicht so, dass uns alle gefeiert haben, als wir kamen, ja? Weil manche Leute haben uns immer als Bedrohung empfunden und deshalb das Schade daran. Und was noch dazu kommt, dass diese jungen Leute auch mit dieser Energie, auch mit dem Song, mit dem Movement, dass die das Ding auch weitertragen und dass wir davon am Ende auch profitieren. Deshalb finde ich dieses Dogmatische, das ist Rap und das ist nicht Rap immer kritisch. Sorry. Hast du recht. Ein Applaus dafür auf jeden Fall. Für die Offenheit. Ich wollte noch was dazu sagen. Da zum Beispiel fand ich dann, äh, mein Blog haben die denn, also wir haben es so richtig Boom-Bab-mäßig gemacht, ne? Das Special bei uns war sozusagen, dass das Echo sein Part von dem Song Ghetto da in der Mitte gerappt hat und einmal das Instrumental kurz geswitcht hat. Und dann, ähm, aber eigentlich hatte unser Ding so das Feeling vom Original, ne? So richtig so ein Kopfnicker-Ding. Ich fand, das haben die dann auf jeden Fall ganz gut geflippt bei denen, weil es irgendwie, weißt du, trotzdem irgendwie in deren Welt war, aber tempomäßig schon schneller als deren Sachen sonst, ne? Und dann kam eben Sido als, äh, als Gast raus. Der hat doch einen guten Part. Ich hab aber nicht alles verstanden. Wir konnten es nicht verstehen, ne? Wir konnten es nicht verstehen, ne? Ich hab kaum was verstanden von drüben. Habt ihr verstanden? Hat irgendjemand verstanden? Ich glaube, er hat gesagt, ich bin fett, oder? Auf dem Stream konnte man es gut verstehen. Ja. Auf dem Stream konnte man es gut verstehen, ne? Dass du gerne Burger isst, hat er gesagt. Ja, ne? Irgendwie, ich glaube, das war echt das Einzige. Irgendwann mit Burger und dann, glaub ich, hab ich das Wort fett gehört, oder so. Auf. Dann, äh, und, äh, ja, ich fand die Grundidee jetzt nicht so originell, ne? Wenn man jetzt so einen Song, äh, von einem Artist covert, also es war ja die Vorgabe, beide Parteien müssen einen Song einer dritten Partei covern. Und, äh, da war eben das Ding, auf was wir uns einigen konnten. So, wir hatten eine Liste von fünf oder sechs Songs rausgegeben, ne? Wo wir uns vorstellen konnten, das sind einfach so deutsche Classics irgendwie, die alle kennen. Und dann war mein Blog eben so das Ding, worauf wir uns einigen konnten. Und, äh, das haben die gut gemacht, auf jeden Fall. Da ging zum ersten Mal mein Herz so auf, weil ich hab in Sido, der hat mich irgendwie, hab ich auch an dem Abend gesagt, das hat mich da beflügelt, weil hab ich das erste Mal, okay, das ist einer, der ist irgendwie in meiner Welt so, der würde, wenn ich jetzt was zurücknehmen, Rücksage, das Verstehen, wie ich das meine und so weiter. Da fing ich mir an, so Sprüche auszudenken, live sozusagen. Ich hab nur irgendwas mit Schauspieler verstanden. Dann dachte ich mir direkt, ah, Schauspieler, äh, Schauspieler hat auch. Ich war direkt so ne Pannstein, hab ich mir überlegen. Und, ähm, aber dann ging er sofort wieder runter. War geil, dass du einfach gesagt hast, so. Aber dann ging er sofort wieder runter. Und das sieht man auch in dem Stream, da will ich was sagen, da war genau die Kamera auf mich, und dann, ah, dann mach ich so, weil er ging da gerade raus, so weißt, was ich meine. Weil ich war mir selber auch unsicher zwischen den Liedern, und dann, wer sagt jetzt noch was? Hat man jetzt noch die Zeit, noch was zu sagen? Genau. Ich meine, wir, man muss dazu sagen, dass es zwei Durchlaufproben gegeben hat, und wir haben uns einfach geweigert, dabei zu sein, weil bei diesen Durchlaufproben nicht die Original-Songs gespielt werden natürlich, weil sonst ja das Gegenteam genau hört, was man da macht. Und deshalb waren wir so, wieso sollen wir bei einer Probe zwei Stunden rumstehen, wo wir nichts machen? Wir sind an so eigenen Stand-in-Doubles, weißt du, wie bei so einem schlechten Filmset, und da hatten wir einfach keinen Bock drauf, so, ne, so. Aber vielleicht hätte das uns leichter gemacht, den generellen Ablauf etwas besser zu verstehen, muss man professionell reflektiert vielleicht mal zugeben, auf jeden Fall. Aber geiler Part von Sido, auf jeden Fall. Da hab ich mich richtig cool unterhalten gefühlt. Ja, genau, er war auch, also ich konnte ihn auch, das war auch das erste Mal, dass ich einen Rapper von der anderen Seite, auf unserer Seite richtig verstanden habe, aber eben auch nicht ganz, aber jedenfalls so, dass zwei, drei Worte wie Burger und Fett bei mir rüber ankamen. Man hat auf jeden Fall direkt den Unterschied gemerkt, so, ne, dass er wirklich ein Profi ist, auch am Mic, so. Also, klar. Dann, okay, auf jeden Fall, der Skandal war auf jeden Fall, dass die bei, dass wir heilig richtig geil gemacht haben, so, und dann Champions haben wir uns natürlich schon extra ausgesucht, so ein Double-Time-Spitter-Song, um zu, okay, jetzt zeig doch mal, kannst du das auch, so. Und dann haben die irgendwie angefangen, den Hook zu performen und dann irgend so einen Film über uns abgefeuert, der, klar, wenn du uns nicht kennst, dann vielleicht so auf hahaha, ist ja witzig, was die für einen Scheiß schon gemacht haben, aber da waren ja so überwiegend Elemente drin, zu denen wir stehen, weißt du, also die haben das Fettsack-Style-Video von uns genommen und unsere eigene Ironie sozusagen, wie ein Disc gegen uns verwendet, hat nicht so geklappt irgendwie. Bei mir haben die so ein Parodie, dieses David Hasselhoff-Parodie-Video genommen, wo ich dieses Burger-Video nachmache. Weißt du, was ich meine? Also, klar, wenn das jetzt einer nicht kennt und das David Hasselhoff-Ding nicht kennt, aber ich kann ja eh über mich selber lachen, also, das hat mich nicht so getroffen. Ich fand's viel schlimmer, dass Robbe da die ganze Woche da versucht hat, den Song von dem Jungen auswendig zu lernen. Wie oft wir die noch Backstage-Performs haben, ne? Wollen wir einmal kurz das A Cappella machen, weil das so geil klingt? 1, 2, 3 Wir haben noch nie etwas Schlechtes gemacht, Mann, ich glaub wir sind heilig. Ihr wollt kein Neck nicht, gebt keinen Fuck mehr, ich zeig eine Einsicht. Scheiße. Ich runde immer auf eine Milliarde, Mann, ich bin nicht kleinlich. Du willst es machen so wie ich es mach, lass es sein, es wird peinlich. Ich fliege in einer Viper, nie defensiv, Mann, ich greif an. Trag so viel Schmuck wie ein Kaiser, trag so viel Schmuck wie ein Kaiser. Du siehst mich auf einer Leinwand, immer die Eins, niemals Zweiter. Nein, den bekomm ich nicht klein, Mann, ich will die Welt, das ist mein Plan. Das ist eine schwierige Nummer. Auf Türkisch sagt man ayip, das heißt sowas wie unverschämt. Du hast dich damit so krass beschäftigt, bist auch noch älter als er und dann hat er deins nicht gemacht. Aber du hast es ihm auch gesagt. Und das war auch das erste Mal, dass einer wirklich ganz klar zu dem anderen etwas gesagt hat. Ey, ich find das so und so. Und ich war mich da glaube ich gerade am umziehen, hab das von der Seite gehört, dachte ich mir korrekt. Weil du hast ja nicht gesagt, zeig diese Filme nicht, könnt ihr ruhig machen. Stehen wir drüber, aber lernen wenigstens einen Song oder eine Strophe. Pack den, weil das finde ich beim Soundclash eigentlich, das Wort kommt ja auch aus diesem Reggae-Ding. Da geht es schon auch darum, verschiedene Styles zu zeigen. Und da haben wir natürlich eindeutig eh in unserem Katalog schon eine krassere Bandbreite auf jeden Fall. Aber was gab es sonst noch an Highlights? Ich fand das so, dass das Finale war irgendwie generell unspektakulär. Also war irgendwie nicht jetzt so der Höhepunkt. Dein Rap ist der Höhepunkt. Ah, mein Rapper. Ich war eine Art Penner auf jeden Fall. Da habe ich dir auch gesagt, das muss ich jetzt kann ich auch nochmal sagen. Das würde ich gar nicht sagen, wenn ich es nicht so meinen würde. Da habe ich mich einfach gefühlt auf dem richtigen Weg, nicht nur in meinem Leben, auf allem, weißt du. Da dachte ich mir, ich bin so stolz und ich habe ganz lange nicht mehr etwas von Rap gehört, was mich so begeistert hat, was mir so gefallen hat, wie was mir früher an Rap gefallen hat. Aber in dem Moment habe ich es gehabt, weißt du. Das war dieser, das war einfach geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dicke, dicke Props, Alter. Ich dachte immer, das ist es. Das ist es. Ich sage mal ganz kurz, erkläre ich mal, wie es dazu gekommen ist. Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich habe der bei den Drang jetzt, weißt du. Irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Das Ding war, wir hatten diese Wildcard, eigentlich, obwohl Wildcard für mich so klingt, als wenn da alles drin vorkommen könnte, war es so, das waren immer in der Vergangenheit Gäste, die die Wildcards, weißt du, die die Kategorie definiert haben. Das war immer so, jeder Song hat irgendwie besondere Gäste und deshalb war das so ein bisschen wie eine Vorgabe. Dann hatten wir das Ding mit Ferris und dann hatten wir eine Sache in Aussicht irgendwie mit krassen Ami-Rappern, was dann einfach nicht geklappt hat, obwohl wir sogar echt richtig nah schon dran waren. Ich sage es mal ganz kurz einfach, Mathelman, Rapman hat leider nicht geklappt, wäre richtig krass gewesen. Sag mal warum, Rapman. Genau, okay. Erstmal hat Mathelman gesagt, nee, er dreht einen Film in der Zeit und dann haben wir überlegt, wir können trotzdem noch da Rockwilder machen, alleine so, dass wir uns quasi Mathelman Strophe auf Deutsch übersetzen von Flow Pattern und dann Rapman reinkommt. Und dann hat er abgesagt, weil sein Neffe nächsten Tag getauft wird. Und das ist auch wichtig, Family First, weißt du so. Also deshalb muss man auch respektieren, aber war natürlich schade für uns. Und dann haben wir irgendwie überlegt, Alternativen und waren irgendwie so bei den Gästen und ich finde, hatte so das Gefühl so, okay, bevor wir jetzt irgendjemanden nehmen und dadurch aber irgendwas nicht gezeigt wird, was eigentlich so eine Stärke in unserem Team ist, dann lass mich einfach a cappella mein Ding machen. Und dann hatte ich einfach so diesen einen Abend, wo ich da zu Hause gesessen habe und geschrieben und so richtig hin- und hergerissen war zwischen so, geil, ich habe es noch immer drauf, es ist noch immer in mir. Und so, oh mein Gott, ich bin fast 40, so wieso mache ich sowas? Weißt du, wieso habe ich den Drang in mir, sowas zu machen? Ich war so echt so ein bisschen so schizophren. Und habe das aber irgendwie gemacht und fand es jetzt am Ende auch gut, dass ich es gemacht habe, weil am Ende geht es beim Soundclash um Skills zeigen. Ich sag mal so, wenn die jetzt ultra humbled gewesen wären, von Anfang an und erstmal gesagt hätten die Jungs, okay, ihr seid die Legends, aber wir haben es auch drauf, hört mal, was wir können, dann wäre vielleicht die ganze Dynamik anders gewesen, dann wäre vielleicht auch der Part nicht ganz passend gewesen oder drüber gewesen, war er aber nicht, weil eigentlich die ja nur vorgelegt haben, was Dissen betrifft. Also hast du dich ja eigentlich nur verteidigt oder uns, deswegen hat das eigentlich voll gesessen. Was mich insgesamt bei dem ganzen Ding, was ich interessant fand, weil das wissen vielleicht auch nicht alle Leute, dass am Anfang stand unser Team fest und das andere Team war Al Gooni, Young Huren und Craig Ignaz, genau die drei. Und dann hat Young Huren sich da rausgezogen aus der Affäre und Sufjan wurde sozusagen dazugesetzt und trotzdem hatten wir immer im Vorfeld so das Gefühl, das geht so Cloud-Rapper und jetzt haben die noch so einen, weißt du, so einen Aslak-Streetrapper dabei, aber so das Gesamtfeeling war dann schon, das ist eine Aslak-Show. Die hatten eben alle Gäste von denen so und das war irgendwie auch dann cool, weil also da auf das Movement komme ich auf jeden Fall eigentlich auch also inhaltlich mehr klar, so oder ist mehr was, weißt du, was ich schon mal gehört habe vorher oder mich mit beschäftigt habe, so. Und ja, Sufjan ist so ein richtig kleiner Pitbull, der hat dann auch wirklich einfach bei meinem A Cappella dazwischen gequatscht und Al Gooni hat ihm dann, glaube ich, ins Ohr geflüstert, so, mach das nicht, das ist nicht cool, weil das ist einfach dann so unlauterer Wettbewerb. Ich hatte mir zum Glück, eigentlich habe ich immer nur einen von meinen In-Ears im Ohr und weil ich hatte schon gedacht, entweder einer von denen oder das Publikum, weißt du, versucht mich zu, weißt du, irgendwie aus meinem Flow zu bringen, haben wir das dann da reingesteckt und das war auf jeden Fall eine gute Idee vorher. Ich habe das im Livestream gesehen, da hat irgendwas gesagt, geh mal nach Hause, geh mal nach Hause, aber ich fand, man hat daran gesehen, dass es ihm am Herzen lag, ich fand generell, du hast gesehen, dass diese ganze Show ihm am Herzen lag, weil er hatte seine ganzen Kollegen auch dabei und wollte denen auch zeigen, ey, guck mal, das ist jetzt von mir, weißt du, das war wahrscheinlich die größte Show, an der der teilgenommen hat und wie du sagst, er ist ein Pitbull, er hat auf jeden Fall so eine Hungrigkeit an sich. Eigentlich habe ich es auch voll respektiert und fand es auch geil, dass er so der Dude im Team ist, der dann immer, und war es das schon? Und das war irgendwie cool, aber dann in dem Moment war nur so, ja, weißt du, nee, ist nicht cool, weil, naja, egal, fuck it. Aber generell, wie gesagt, ein bisschen so, vielleicht zu weit auseinander die Welten, als das so, weißt du, für mich war es danach so, okay, irgendwie hat man gemerkt, klar, die Halle feiert uns mehr, im Internet feiern eh die Leute, die die feiern, das mehr von denen und die Leute, die uns feiern, das mehr von denen oder gibt es bestimmt auch Überschneidungen, wo mal Leute sagen, oh, die alten Säcke hatten es trotzdem drauf oder, oh, die Youngsters sind ja schon ganz fresh oder, weißt du, ich glaube, es hat allen irgendwie was gebracht, aber ich bin jetzt nicht so rausgegangen und dachte so, oh, das war das geilste Event des Jahres, aber wir haben ein Jahr darauf so hingearbeitet, ne, so, und irgendwie waren so viele Sachen, fand ich dann doch so ein bisschen, also, weißt du, ein Soundclash und ich kann nicht genau verstehen, was die anderen sagen oder so, stell mir doch eine Bühne dahin, weißt du, eine Box auf die Bühne, meine ich, weißt du, weil die haben angefangen Hamburg voll zu plakatieren, nachdem der Event ausverkauft war und auf eine Art, ich habe meine Fresse noch nie so unangenehm oft im Stadtbild gesehen, auf jeden Fall, so, und wenn die dafür Geld haben, dann hätten wir auch mal eine Box dahin stellen können, wo ich dann höre, was die anderen sagen, weißt du, war nicht so ganz durchdacht. Warum? Also, das ist ja nicht das Problem, wie wir das Problem haben. Aber es ist so, dass es diese Chance einfach geben, so, weißt du, also sowohl uns als denen und generell, das ist echt eine Sache, die man dieser Firma nicht aberkennen kann, dass das Kulturförderding bei denen krass ist, so, und deshalb, ja, ich muss das hier ein bisschen, wir haben uns natürlich vollkommen verquatscht, was auch klar war, so, genau, dann habe ich eine gute Überleitung, wir wurden nicht ausgezeichnet, wir haben, glaube ich, schon okay Gagen alle bekommen, so, ich habe ja meinen fetten Scheck auch gezeigt, während meines A Cappellas, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe 13 Milliarden dafür bekommen, also es stand da drauf, 13 Milliarden Euro, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch eine andere Währung, die so einen Gegenwert von 50 Euro oder so dann hat, aber auf jeden Fall, es gab keine Geschenke, aber ich habe die ersten Geschenke für euch, soll ich den nicht zuerst geben, oder machen wir zuerst den Einspieler, genau, okay, genau, das Ding ist ja, ich hole ja immer die Geschenke hier in der Straße, so, und ich bin für euch, weil wir die alten Männer sind, natürlich in den Vintage-Laden gegangen, weißt du, ich bin jetzt nicht in den Plattenladen gegangen, hole euch den freshen Shit und so, Echo will nicht der alte Mann genannt werden, aber ich ärgere jetzt damit einfach, eine Sachen für euch gefunden, die jeweils mit eurer Herkunft zu tun haben, das ruhig herkommen mäßig, nämlich für Echo eine alte türkisch Airlines Travel Tasche, überfancy, oh, warte mal, ist Herr Freis noch, Herr Freis noch dran, ich bin nicht wirklich, ich bin nicht wirklich sicher, ob man dich jemals an einem Airport, dem Ding in der Hand langlaufen sehen wird, aber vielleicht, weißt du, ist es einfach schön, zu Hause zu haben, weil das ist echt, ich denke, es ist echtes, echtes Leder, das ist Blut, da ist alles dran, dazu kommen wir gleich noch, zu deiner Phobie, und Afrop ist ja in Italien geboren, deshalb ist auch eine legendäre Story entstanden, wo wir in Philadelphia saßen, und er mich gefragt hat, in einem Sandwichladen, da stand so, was in den einzelnen Sandwiches drin ist, und Salat ist ja Lettuce auf Englisch, geschrieben L-E-T-T-U-C-E, und er so, was ist Lettuce? Und da habe ich seinen italienischen Roots gesehen, und weil er auch ein Fußballfan ist, habe ich dir so ein geiles Ding hier gekauft, Original vom Italia World Cup 1990, Ja, Digga, das ist Vintage, alles in diesem Laden ist eben Original aus irgendeiner Zeit, die vorbei ist, auf jeden Fall. Ich muss eine Story dazu erzählen. Ja, erzähl, bitte. 1990, Finale in Rom, Deutschland, Argentinien, Völlerfeld im 16er, Elfmeter, okay? So, und die Argentinier, muss ich ehrlich sagen, die letzten Finale haben richtig dirty gespielt, muss man sagen, kann man heute sagen. So, eine rote Karte gab's, so, auf jeden Fall, Andi Bremen muss schießen, und kein Mensch weiß, mit welchem Fuß er eigentlich wirklich schießt. Was ich mache, ja, weil 1986 ist mir das schon mal passiert, meine Mutter hat mich rausgeschickt, während dem WM-Finale was holen beim Nachbarn. Ja. Hat die mich geschickt. Und ich laufe draußen rum, 86, ich höre überall, Tor, Tor, und so, ich so, boah, krass. Und dann habe ich, 1990, habe ich mich auf den Balkon gestellt, bevor der Andi Bremen schießt, und wollte das hören, so, dieses Tor, weißt du, und ja, dann hat der Bremen, ist angelaufen, hat das Ding versenkt, und dann ganz, also Stuttgart, also in Weidemdorf, wo ich aufgewachsen bin, haben direkt alle ausgerastet, so, und das habe ich mir gegeben, ja. Deshalb unvergesslich, das war, ich könnte jetzt eine Stunde über diese WM sprechen, deshalb lasse ich das sofort wieder, vielen Dank. Ja, ich habe irgendwie, weißt du, weil ich, ich bin lange da drin rumgelaufen, in diesem Laden, ihr könnt euch das auch angucken, ehrlich gesagt, wir haben das natürlich wieder gefilmt, wie ich für euch shoppen gegangen bin, ich hoffe, ihr könnt das da aus dem Winkel sehen, können wir das mal abformen. Okay, wir sind schon wieder im Regen hier unterwegs, auf der Suche nach Gastgeschenken für meine beiden Kollegen Afrop und Ecofresh. Guck mal, da ist schon mein Kollege, das ist der Verkäufer. Ja, auch früher haben wir diese FUBU-Jogging-Anzüge gerockt, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt der 2017er-Swag wäre. Ich glaube, ich habe das Ding für Eco. Turkish Airlines Travel-Tasche, vintage natürlich, hier ist alles vintage in diesem Laden, ich packe den Besitzer immer wieder, es ist auch alt und er sagt immer, ja, es ist alles alt. Afrop hat leider auch so einen sehr krassen Hygienefimmel, dem könnte man, glaube ich, nie guten Gewissens Second-Hand-Sachen schenken. Dieser Afrop ist so ein Typ, wenn im Flugzeug jemand niest neben ihm, dann macht er so mit seinem Pulli, dann guckt die Person richtig böse an. Oh, das ist nice. Afrop ist ja in Italien geboren, das wissen ja viele nicht. Und auf jeden Fall auch wie ich. Nein, die Skulli. Ist das hier auch wirklich? Ja, natürlich. Ich kann das gerne mal nicht, nein, natürlich. So, vielen Dank für die nette Kundenberatung und die guten Preise. Wir sehen uns dann nächstes Mal, ja? Yo, SamTV Raps, baby. So, das waren eure Geschenke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Weil ihr wart ja in meinem Studio, ich habe ja auch eine obskure Sammlung von unsinnigem, alten Kram einfach, deshalb dachte ich so, das gebe ich euch jetzt mit und dann könnt ihr das auch irgendwo hinstellen. Letztens habe ich bei dir diese eingepackten Star-Wars-Figuren gesehen. Ja, Mann. Sind die auch aus dem Land? Nicht aus dem Land, die sind aus, in Amiland, da wo mein Sohn wohne, Portland, habe ich so einen alten Comic-Laden entdeckt, wo ich auf der Fläche vielleicht jetzt so, oder sagen wir einfach ein Viertel von diesem Raum hier, so. Und da ist in der Mitte ein Regal und du kannst sozusagen einen Kreis gehen und das ist einfach so ein kleiner Laden und ich habe da viereinhalb Stunden drin verbracht. Weil einfach immer mehr und überall, weißt du, jeder Millimeter ist genutzt und das war nur Vintage-Comic und von, weißt du, auch diesen ganzen Filmen, alles Terminator-Figuren und der krasseste Shit auf jeden Fall. Geld, Mann. So, ja, das sind eure Geschenke. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Mimimi-News am Start, weil wir sind ja auch hier natürlich immer politisch involviert ins Geschehen und zeigen jetzt mal den Leuten, was sich so in der Mimimi-Welt getan hat in letzter Zeit. Clip up. Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu den Mimimi-News. Ich habe heute wieder ein super Thema für euch dabei und zwar Frauke Petry hat ja vor einiger Zeit die AfD verlassen. Sie gründet jetzt ihre eigene Partei und die nennt sich die Blaue Partei. Sie bildet jetzt eine Alternative für die Alternative für Deutschland. Ah, die ist so süß. Da haut die schon wieder ein raus. Ich bin auch ein bisschen inspiriert von der kleinen Maus und habe mir überlegt, ich gründe jetzt meine eigene Partei. Wir nennen uns die Almanacs. Halb Alman, halb Kanne. Und was die Frauke gemacht hat für ihre Partei, Frauke, habe ich auch gemacht. Ich habe mich von einem Ostdeutschen anbumsen lassen. Fruchtbarkeit, das ist das Zeichen, was Deutschland jetzt von uns braucht, ne? Ach, Frauke, wir beide. Wie auch du, habe auch ich mich der AfD ein wenig bedient. Und habe mir angeschaut, was die so gemacht haben. Ich meine, die waren nirgends. Und dann waren die da. Das ist ja der Hammer. Und dann habe ich mir angeschaut, was ist deren Geheimrezept. Und es sind die Wahlplakate. Und auch wir möchten jetzt euch das neue Wahlplakat der Almanacs zeigen. Bitteschön. So, das war's von uns. Das Wetter. Wir sind Hamburger. Fickt euch. Und einmal zu unserem Außenkorrespondenten. Sami Salami. Ja, das Wetter war zu schlecht für unseren Außenkorrespondenten. So, das waren die Mimimi News. Ich habe Schmachter. Wollen wir rauchen? Wollen wir Rauchpause machen? Kurz mal für die Tür gehen da. Das wäre nice. Ich hoffe, ihr nehmt uns nicht übel. Ihr dürft auf jeden Fall hier drin nicht rauchen. Also. Ich muss ja auch nochmal erzählen, ne? Eko ist hier der mieseste Hoodstar. Wir hatten ja am Anfang hier so im ersten Jahr super viele Konzerte. Und einmal war er hier. Also bei der Eröffnung auch, glaube ich. Also beim ersten Konzert ever. Und die ganze Hood hier ausgerastet. Die ganzen türkischen Kids. Er ist sehr über Volksheld. Und eben auch als wir angefangen haben, standen auch die ganzen Jungs. Auch der Nachkauf. Der Dude, der mal in der Kasse sitzt. Und so. Die feiern ihn natürlich zu Tode. Er ist wie der Bürgermeister hier. Alles klar, Bro? Was geht ab? Weißt du, was mir letztens passiert ist? Ich habe eine Werbung gemacht für das türkische Fernsehen. Für Tee. Weißt du? Ja. Für türkischen Tee. Und da ist es mir das erste Mal passiert, dass mir einer angesprochen hat und gesagt hat, ey, bist du nicht der aus der Tee-Werbung? Also erkannte mich von nirgendwo außer der Tee-Werbung. Das war total. Weißt du? Und dann. Das ist eine geile Werbung auf jeden Fall. Die solltet ihr euch echt mal gönnen. Wie heißt der Tee nochmal? Demdem. Demdem. Der gute Demdem-Tee. Das ist auf jeden Fall witzig. Da war ich bei meinem Lieblingsdöner-Mann in Köln. Und da kam dann die, sag ich mal, ältere Dame aus der Küche, die das alles so zubereitet. Und die meinte zu mir, bist du jetzt reich? Sag ich, was? Ja, ja, deine Tee-Werbung. Also das sind so ein Kreis, der nur das kennt. Das war ganz lustig. Ey, krass, guck mal. Das ist mein Kollege Racer, Alter. Wie krass. Das ist hier der Mann, von dem ich immer die schönen... Achso, du siehst gar nicht, wo ich dich... Ja. Alles gut, Alter. Ja, voll. Das ist der gute Racer, der auch mit mir das allein in der Überzahl-Video... Da haben wir ein bisschen rumgemullert, ne? Und auch schon ein paar Mal an anderen Stellen, von denen wir jetzt nichts erzählen. Was hast du da in deinem... Ich wollte gerade zur Poste irgendwie. Ja. Und mein Buch irgendwie ein bisschen verschicken. Stimmt, du hast ein Buch gemacht. Ich hab's auch in der Poste erhalten, anonymerweise. Eine Copy für mich und eine Copy für den Herrn Izi Eis, der sich auch sehr darüber freut, soll ich die ausrichten. Und, ja, zeigt doch mal. Zeig doch mal, das ist das Finish-Product, weil ich hab ja nur so ein Testing bekommen. Ich will jetzt mal sehen, weil ich nimm das. Ja, ich glaube, das geht das in mir. Okay, also das hier ist Legacy. Ich will jetzt mal sehen, wie ich nimm das hier in der Falle habe. Also wann hast du angefangen zu malen Racer? Genau, zeig mal hier, Blätterblock, wird aber ein bisschen durch. Ja, 1990. Also hier sind Werke von 1990 bis 2017 zu sehen, ne? Alles auf Englisch. Genau, das fängt irgendwie von 1990 an. Geht bis alles chronologisch. Und mit vielen Texten auf Englisch. Anekdoten, Storys, die nur passiert sind. Bisschen private Sachen. Ja, das ist ja nicht schwierig. Ja, leider ist es so richtig, ja, genau. Mach mal sagen, ist der Blackbook? Ja, genau, an dir ist es mein Blackbook. Aber mein Blackbook sieht irgendwie nicht so cool aus live, aber... Das ist irgendwie so eine riesen Reisertasche mit tausend analogen Fotos. Und ich dachte, ich füge das jetzt mal ein bisschen zusammen. Und... Ja, archiviere das einfach mal, ne? So, dass ich das mit mir mal eben gestehen habe. Hammer. Also ja, ich bin ja ein bekennender Fan von dir, Razer, ne? Auch wenn ich dann wirkliches Gesicht noch nie gesehen habe, ist es trotzdem immer nice, mit dir abzuhängen. Aber, sag mal, für die Leute, die jetzt vielleicht trotzdem entweder gar nicht wussten, dass es dich gibt oder jetzt erst checken, dass es dich gibt und dieses Buch oder dein großartiges Merchandise, was ich ja auch auf einer Million Fotos schon gerockt habe, bestellen wollen, wo kriegen die den Kram her? Auf der Website. Auf der Website? Razer-Graffiti.com Razer-Graffiti.com Da bekommt ihr dieses krasse Buch. Ist ab jetzt im Handel oder im Vertrieb? Ja, man kann es jetzt schon vorbestellen, auf jeden Fall. Morgen? Morgen kommt es raus. Krass. Was für ein Zufall, dass du jetzt gerade denn heute hier vorbeikommst. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist crazy. Das ist echt, ey. Das ist eben der Hip-Hop-Shit. Ich habe da auch vorn, unauffällig, um die Ecke was gemalt. Kannst du gleich noch mal gucken, weißt du so, und mir dann so konstruktive Kritik geben, ob meine Outlines tight genug sind. Aber ey, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Digga, danke. Kann ich das Buch behalten, oder es ist nur zum Zeigen mitgebracht? Hast du 1.000 Stück? Okay. Ja, dann kannst du mir auch schon alles geben. Das ist nice, auf jeden Fall. Applaus für Razer Hamburg CD. Was geht ab? Okay. Hau rein, Alter. Hau rein, bisschen Junge. Ja, bis dahin. Uiuiui. Ja, Mann. Das ist ein geiles Buch, echt. Also, das ist wirklich crazy Legacy. Ups. Mach doch schon. Ja, wieder auf mein Ablager. Raucht ihr noch? Wollen wir reingehen? Ist kalt, ne? Ja, ist kalt. Ist übertrieben kalt. Scheiße, sorry, Digga. So, in keiner TV-Show. Oh. Und meine Brille beschlägt wieder. So, genau. Jetzt ist nämlich die Sache, da ja Weihnachten vor der Tür steht und das englische Wort für verpacken Rap ist, dachte ich, wir machen jetzt hier einen klassischen Rap-Battle. Wo wir schon in der Laune sind. Soundclash-mäßig und so. Und ihr habt ja auch beide junge Kinder. Dementsprechend müsst ihr ja auf jeden Fall irgendwas rappen dieses Jahr noch. Auch wenn ihr keine Shows mehr habt. Und deshalb dachte ich, rappen wir jetzt einfach mal zwei Echo-Fresh-Boxen, weil Robbe seine Box nicht mitgebracht hat. Eigentlich sollte es natürlich eine Afro, eine Echo und eine Semi-Box sein. Aber. Shame on you when you step through two. Ich hab sie vergessen. Ja, naja. Aber trotzdem, geil. Echos aktuelles Album. Ist es jetzt auf Kommando so mäßig? Genau, es gibt einen Timer. Wo ist der Timer? Du bist der Timer? Der Timer kommt auf den Bildschirm. Ah, der kommt auch auf den Bildschirm? Okay. Shit, Alter, okay. Das heißt, ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer dann für uns gleichzeitig zu moderieren, sondern vielleicht lässt du einen Beat laufen oder so, damit irgendwas passiert in der Zeit. Oder passiert da? Ah, da passiert eh was? Okay, alles klar. Und das Schöne gewinnt oder? Geht's schon los oder was? Wann geht's los? Ihr habt drei Minuten Zeit. Drei Minuten. Ich gebe immer einen Ton, wenn die Minute runterläuft. Ich gebe immer einen Ton, wenn die Minute runterläuft. I'll wait up for you, dear Santa baby. Saray down the chimney tonight. Zwei Minuten noch, zwei Minuten. Jetzt schon mal einen Applaus für Afrop. Er liegt leicht vorne. Ich muss dazu sagen, Samy ist sehr filigran. Filigran, sorry. Wow. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need. Eine Minute. Die nächste Minute läuft. Applaus für Afrop. Der ist schon mal fertig, aber was ihr nicht vergessen dürft, gleich wird das Publikum entscheiden, welches das schönste Geschenk ist. Und es war ein Scherz, brah. Und fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. 20 Sekunden. Wir zählen runter von zehn. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Nice. Wow. So, das war auf jeden Fall. Ich schwitz auf jeden Fall. Krass. Okay Robert, du warst eigentlich nach zehn Sekunden quasi fertig und dann hast du noch sehr viel Zeit mit Dekoration verbracht. Dein, aber ich muss sagen, dein sieht schon am besten aus. Ja, muss ich auch sagen. Also, ich hab, weißt du, das ist wie unter der Couch, weißt du, so. Vor allen Dingen habe ich die Schleife auf der anderen Seite gemacht. So, aber das ist mit Liebe gemacht. Würdest du deinem Kind ein Geschenk überreichen, was so verpackt ist? Nein. Ne, weil es eigentlich ist, finde ich ja, Verpackung ist so eine, ne, so eine zwiespaltige Sache, ne, weil es am Ende ist Müll. Ich verstehe bei Amazon, der HL bringt es und dann ist das Geschenk da. Also, ich verpack das nicht. Das sind die 90er. Pragmatisch. Gut, das war unser Rap-Battle. Auf jeden Fall Applaus dafür. Und natürlich haben wir diese Sachen jetzt nicht nur hier einfach sinnlos eingepackt, sondern wir verlosen die jetzt auch an Leute. Ihr habt alle anscheinend da irgendwas in unseren Pott geworfen und vielleicht könnt ihr ja mal irgendwelche drei Namen da rausziehen für diese drei wunderschönen Pakete. Ja. Jeder zieht ein, oder? Ja. Okay, oder? Ich unterschreibe mal kurz hier. Fantec. Tju, 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 tju. 2017. Zack, zack, zack. Bam. So, okay. Also. Ich hab... Kann ich nicht lesen. So. Marwan. Gibt es hier Marwan? Gibt es? Da, da, drüben. Da reicht's. Gibt es tatsächlich? Ja. Du bist Marwan? Ich bin Marwan, genau. Ist das hier dein M, oder was? Ich hab's geschrieben. Achso. Ah, okay. Alles klar. Achso, das... Ah. Okay. Pretty Kay. Scheiße. Okay, das... Ich hätte ja nicht erkennen müssen. Marwan. Hier ist die Deluxe-Edition, ja. Mein neues Album. Verpackt von mir selber in drei Minuten. Ja. Natürlich. Die Faust gehört dazu. Wen hast du gezogen hier? Ich hab Anna. Anna. Anna, A-N-N-A. Immer wenn es regnet. Gibt's hier mehr als eine Anna, oder ist klar, wer Anna ist? Gibt zwei, die... Seh ich gerade. Sitzen aber an einem Tisch anscheinend. Ja. Ich seh keine. Wer ist denn einer von euch? Die beiden. Achso, ne. Sie. Du bist Anna? Ja, dann bringen wir mal ihr Geschenk hier, Anna. So, Anna. Frohe Weihnachten. Viel Spaß. Und du, Robert, wen hast du gezogen? Du wirst lachen. Max. Max, hä? Schon wieder immer, wenn es regnet. Gibt's hier einen Max? Hier vorne. Wo? Da. Ach was. Krass. Heftig. Ja, hier. Ne Eco-Fresh-Box. Verpackt von mir. Ich mein, du reißt ja eh auf, oder? Ich mein... Ja. Okay. Da ist auch unser... Da ist auch unser gemeinsamer Track drauf. Hä? Da ist auch unser gemeinsamer Track drauf. Der Slam-Track. Das ist die einzige Möglichkeit, wo man den eigentlich hat. Das ist da drin. Was ist eigentlich in der Box hier drin? Die wir da gestern gemacht haben. Achso, das ist nur ein Dummy, oder? Okay, weil ich hab dann, glaub ich, auch deine Box noch gleich bekommen, Alter. Doch. Hast du? Ja, stimmt. Die steht sogar bei mir rum. Ja, klar, natürlich. Genau. Alle deine Boxen stehen bei mir rum. Ja, wir schicken uns die, ja. Und ich hab von deiner letzten oder vorletzten noch ein Unboxing gemacht. Das fand ich richtig geil. Da war so ein Writer-Set mit drin. Wo ist mein ganzer Shit, Alter? Alles ist weg hier. Mein Drink ist weg. Mein Papier ist weg. Wo mein Ablauf... Was passiert hier? Der Rap-Battle ist vorbei. Ich brauche meinen Ablauf hier. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ich hab nur von deiner letzten Box geschwärmt. Da waren gute Goodies drin. Was war da drin? Da war so ein Writer-Set drin, glaub ich, war da ein Stift drin. Das war auf jeden Fall cool irgendwie auszupacken. War wie so ein Case, wo Stifte und so weiter reinkommen. Kann da schon witzige... Also kreativ sein, ne? Was hast du noch mal deine letzte Box? Was war? Letztes Album gab's gar keine Box. Fällt mir auch gerade ein. Ich hab gar keine Box. Deshalb hätte ich keine mitbringen können. Dafür gab's Applaus. Geil, keine Box für... Keine Box. Aber jetzt hast du die Miles-Davis-Box. Jetzt hab ich... Ich hab nur Vinyl, das hätte ich mitbringen können. Aber bei der Box davor... Das war die krasseste aus Holz. Die war richtig nice. Konntest du so aufmachen und dann halt... Da waren Sachen drin. Echt? Ja, aber bei mir waren drei Tonträger. Es gab Vinyl, CD und Bonus-CD auch nochmal. Also, excuse me. Ja, in meiner Box ist ja ne Kassette, die CD und... Oh, merci beaucoup. Kassette. Genau, ne Kassette, die CD und dann eben so alle möglichen Kunstsachen, die ich so in letzter Zeit gemalt habe. Auch so Stuff von mir und Razer zusammen. Zum Beispiel. Da sind Kopfhörer drin. Also, wenn du den Rest nicht habe, ist nämlich Kopfhörer raus. Stimmt, Alter. Die hast du gerockt mit Sony, ne? Ja, ja. Da haben wir einen Deal gemacht, irgendwie so ein Special Deal mit denen und haben da diese Blanko-Kopfhörer bekommen sozusagen. Und da ist halt was, was ich daran cool finde, ist eine Doppel-CD. Da ist 90er-Jahre-Pop drauf. Auf einer Seite West Coast, andere Seite New York Style. Da hatte ich irgendwie Bock. Die habe ich da mit reingelegt. Ja, das hast du echt richtig krass zusammengestellt. Da ist dann auch unsere... Da ist dann auch unsere... Da ist dann auch noch unsere Slam-Nummer mit drauf. Auf der New York-Seite. Ja. Oh yeah. Oh yeah. A little Promo. For this Christmas Season. Ne? Aber das ist auch mit Features und so, ne? Das ist immer ein deutscher Rap-Feature und dann... Mit Nami gepaart sozusagen. Ja, das... Schon lang. Was geht bei dir, Rob? Ich habe gehört, du machst ein Mixtape, Alter. Du hast noch nie ein Mixtape gemacht. Machst du ein Mixtape jetzt? Kopfschmerzen, ja, ja. Wann kommt das? Ähm... Weiß ich nicht. Ich muss es erstmal aufnehmen. Aber ich werde mir diesmal nicht so den Text-Flash geben. Sondern ich werde es einfach so machen. How I feel. Das sind viele Leftovers, die ich noch habe. Beats, die ich bezahlt habe, aber nie benutzt habe. Und das ist schon nices Zeug. Dazu muss man ja sagen, ne? Du bist so ein akribischer Beat-Shopper auf jeden Fall, ne? Egal, ob du gerade ein Album machst oder so. Wenn du irgendwo Beats hörst und die geil findest, du safest. Das ist für dich wie so eine Bank, in die du rein investierst. Ja. Also quasi, wenn man meine Musik kennt und so, merkt man, dass ich auch davon lebe. Ich lebe von den Licks und den Melodien. Und wenn ich was höre, was interessant ist, dann unterhalte ich mich auch lange mit den Produzenten. Ich finde, das kommt alles viel zu kurz, ne? Wir stehen da oben auf der Bühne, weißt du, alles läuft und so. Aber die Musik kommt ja irgendwo her, ne? So in deinem Fall, du produzierst ja auch sehr viel selbst. Aber, weißt du, teilweise sind das natürlich voll viel Musik von anderen Leuten. Und ich finde, das kommt so ein bisschen zu kurz. Und ich finde, man könnte so eine Show auch mit Produzenten machen. Voll. Ich will unbedingt mal eine Produzenten-Folge machen. Ja, genau. Ich meine Farhot, einer der krassen deutschen Rap-Produzenten. Das ist hier genau 100 Meter von hier ungefähr. Und ja, es gibt so krasse Leute auf jeden Fall. Dann wird es eben richtig harten Nerd-Talks. Vielleicht 80 Prozent vom Publikum kennen 90 Prozent der Worte nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, das mal zu machen. Und so. Ich glaube, die Leute unterschätzen das. Weil ich glaube, es ist ziemlich interessant zu wissen, okay, wie jemand denkt. Jemand, der auch versucht in dieses Business irgendwo einfach nur Musik zu machen, einfach mal hört, wie jemand das macht, der ein bisschen Erfahrung hat oder so. Ich glaube, jeder Produzent würde gerne DJ Desti eine Stunde zuhören, wie er so seine Outboards, wie er was pegelt, warum er sich für den Kompressor entscheidet, warum dieses Mikrofon und warum das überhaupt alles so sein muss. Ja, genau. Aber trotzdem ist es schon die Art von Nerd-Level, wo man, weißt du, viele Worte potenziell nicht kennt, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Klar, wenn du anfängst, hier bei 100 Kilohertz machst du lieber das. Ich hatte überlegt mal so, wie man das Entertaining machen könnte, wäre vielleicht schon so ein Interview-Segment, aber dann sowas machen wie so ein paar Tische aufbauen mit Workstations und jedem das gleiche Sample geben und dann noch mal während ein Interview, weißt du, weitergeht oder so, haben die 20 Minuten Zeit aus dem gleichen Sample irgendwas zu machen oder so. So, dass man irgendwie auch so sieht, was sind die verschiedenen Stilmittel, weil oftmals denken ja Leute, okay, der hatte das Sample, das klingt so ähnlich, jetzt, weißt du, hat er eigentlich gar nichts gemacht damit. Beat on the Spot machen ist natürlich auch, weißt du, das hatten wir auch im Red Bull Studio und das war halt das, was es war so. Wir haben ja auch den viel fetteren Beat einfach gemacht, bevor es online geht. Ja, genau, sowas kann dann passieren. Hast du eigentlich auf dem Album die selber produziert, die Beats? Ja, also die Hälfte mit Vito und die Hälfte ist von diesem Notz aus Virginia. Von dem habe ich auch noch, habe ich auch mal so auf Afrop-Style im Voraus Beats gekauft, einfach immer wenn der Dinger… Das sind so wie Aktien sozusagen, ne? Manche Beats sind echt zu timeless einfach. Weißt du, das ist echt wie Gold eigentlich. Also ich habe dir tausendmal gesagt, wie geil ich dein Album finde und das Live-Album. Und auf die Tour freue ich mich eben auch. Wir sind auf jeden Fall bei dem Hamburg-Gig, bin ich auf jeden Fall dabei. Nice. Und spielst du Berlin? Auch, ja. Auch, ne? Ich versuche hier auch auf jeden Fall hinzukommen. Wann ist die Tour, willst du noch promoten? Im März, Anfang März, so die Dates weiß ich nicht alle aus dem Kopf jetzt, aber wer Facebook-affin ist oder so, der findet die dort. Aber ich meine, jetzt Vorverkauf läuft recht gut schon. Ich glaube, der wird knapp, muss man sich langsam schon umkraten. Also Hamburg auf jeden Fall und Stuttgart glaube ich auch. Köln komme ich, wenn du bist, sehr gerne. Ey, Köln musst du kommen. Köln, wenn du willst. Musst du kommen. Wenn du willst, spring ich für Ferris ein. Sowieso für mich, ey, muss ich jetzt nochmal sagen, ne, Leute. Für mich ist das nochmal was anderes. Gestern auf der Bühne, für mich waren das auch meine Songs, mit denen ich aufgewachsen bin, ob es Reimer-Monster war oder auch Weck mich auf oder so. Das war für mich so ein Flash einfach, mit den Jungs da zu stehen, das zu backen und so. Also das war echt wie so ein goldenes Ticket, so. Weißt du? Wie ich dir eben gesagt habe, das war gestern so ein Abend, wo für mich persönlich ich nochmal erfahren durfte, warum ich das alles überhaupt gemacht habe. Das vergisst man immer so, weil man ist so in seinem Business und Run drin. Weißt du? Und es gibt dann so ein paar Momente, die einen so wieder flashen, wo man denkt, wow, Alter, geil, das wolltest du immer mal machen. Voll. Deswegen. Also für mich war es eine riesen Ehre. Weißt du, Ferris ist mein Spielpartner. Ich glaube, der würde da nichts gegen haben. Ich habe mit Ferris, habe ich auch dir erzählt, die meiste Zeit verbracht. Das denkt wahrscheinlich keiner von allen Rappern. Von allen Rappern, die ich hier kennengelernt habe. Weil wir drehen zusammen und Drehtage sind echt harte Tage, deswegen trennen sich auch oft. Oder ihr seht, irgendwie in Hollywood streiten sich welche oder so von den Serien, weil die sich einfach krass auf den Sack gehen, weil die jeden Tag aufeinander hängen. Ja. Aber hardcore. Aber wir haben nie Probleme. Wir haben so beide unseren Style. Und ich glaube, der hätte nichts dagegen. Ich kann ihn nochmal fragen. Ich kann, wenn du möchtest, dich bei Reimmonster becken in Köln, wenn du das möchtest. Auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass das gestern auch nicht so oft vorkommt. Ich habe Reimmonster bestimmt öfter mit Sammy und Max performt als mit Ferris. Also mit Ferris, das kann ich an der Hand abzählen. Das war auch, was es irgendwie special gemacht hat. Der Moment war noch nicht so inflationär. Auch selbst, obwohl ich so nah dran bin, vielleicht zwei, dreimal in der kompletten Zeit, wo es diesen Song gibt. Und der ist halt geil. Ich wundere mich überhaupt nicht, dass du mit Ferris klarkommst, weil er ist einfach so ein gerader Typ. Er hat überhaupt keine Issues auch. Ich habe ihm gestern gesagt, ich habe ihm gestern so einen Joint hingehalten. An er? In der Dusche und nicht so. Und er hatte irgendwie so den Instinkt, weißt du, dass seine Hand schon so hingegangen ist. Und er so, nee, ich geb nicht mehr. Und ich so, ja, aber ich will das. Ich will, dass du jetzt rauchst, Digga. Ich will den Ferris von früher, der vor der Show einfach so krampfhaft drei Joints geraucht hat, die schnell, so schnell wie möglich, weißt du. Und dann noch gekotzt hat von Nervosität vor der Show. Den will ich so, weißt du. Ja. Aber er ist eben echt so ein sehr, äh, responsible, ne. Auf jeden Fall. Ein erwachsener Mann einfach. Und wie er auch auf die Bühne gekommen ist, ne. Digga. Das war einfach, boah, wie er da stand. Ich sag, wow, ist das geil. Und er hat auch so eine krasse Ovation bekommen, also so ein krasses Feedback bekommen von den Leuten. Ja. Äh, das, das hab ich ihm so hart gegönnt, vor allem, weil er gesagt hat, er beendet seine aktive Rap-Karriere, dass er nochmal so diesen Moment hatte, ey, ich stand da nur, das war so, hab ich meinen Dude so gegönnt, das war so geil. Voll, ja. Ich meine, das ist auch leicht, also leichter noch zu sagen, man beendet die Karriere, wenn man trotzdem noch diesen Deichkin-Spot hat dann noch. Und weißt du, es ist nicht so, dass er jetzt nur noch zu Hause sitzt und so, ja, ich war immer famous, so. Aber war schon ein Statement. Aber ich glaube auch, dass vielleicht, weißt du, vielleicht ist er auch einer von denen, der die Rap-Rente nicht durchzieht, sondern wieder zurückkommen. Aber er ist ja schon einmal zurückgekommen. Ja, genau. Und ich glaube, der will es jetzt länger durchziehen. Ich hab ja schon mit ihm mich drüber unterhalten. Also ich glaube, erstmal ist gut für ihn, er hat echt keinen Bock mehr drauf. Und umso mehr hat es mir gefallen, dass er halt da diesen Moment da haben konnte und ich das auch noch zumindest im Hintergrund teilen konnte, das war für mich richtig geil. Das war so ein persönliches Ding. Und was auch richtig geil war, dass wir alle nicht verbrannt wurden von diesen riesen Flammen, die auf einmal auf der Bühne kamen, von denen wir natürlich in dem Moment überhaupt nichts mehr wussten. Digga. Sebastian hat uns richtig verantwortungsvoll so eine Setlist dahin gemacht, wo dann so Flammen-Emojis neben den Songs fahren, in denen Flammen vorkommen. Trotzdem achtet man natürlich nicht die ganze Zeit auf so Emojis da in so einem Live-Konzert. Ich stand einmal ganz kurz vor einer Flamme. Der Ferris habe ich gesehen, stand ganz kurz vor einer Flamme. Alter, so. Aber weißt du, der hat sich so richtig zurückgeschreckt. Es hätte auf jeden Fall eindeutig Verletzungen geben können. Auf jeden Fall. Da haben wir Glück gehabt. Und was geht bei dir noch, Echo? Dein Album ist ja draußen. Machst du noch eine Tour dazu? Äh, ich hab ja die Tour schon gemacht. Ich hab die Tour schon gemacht. War echt, ähm, ich hatte ja diesen Verkehrsunfall und danach hatte ich eine ganz schlimme Grippe. Also so eine ganz schlimme, die mich so zwei Monate ausgenockt hat. Ich weiß nicht, woher die kam, Alter. Und da fing gerade die, äh, also in der Mitte ungefähr fing dann die Tour an. Da haben wir gesprochen, sollen wir es nach hinten schieben und so weiter. Am Ende hab ich dann gesagt, komm, ich zieh's durch. Dann waren so die erste Woche, Tour war dann so echt nur so Überlebenskampf für mich. Weißt du, so. Das kenn ich. Von einem Abend zum nächsten, so. Also den ganzen Tag nur schonen, damit man eineinhalb Stunden oder zwei Stunden funktioniert, so. Genau, genau. Also am Ende, äh, die letzten Gigs, äh, ging's dann so. Aber das war so die Tour dieses Jahr für mich. Aber ist okay, dafür hatte ich jetzt den, den Auftritt gestern. Da war ich ja ganz gern gesund. Ich hab auch ehrlich gesagt, äh, das erste Mal so richtig, weil wir das so oft gespielt haben, die Kotentürken-Lyrics. Ich feiere das Lied so krass, Digga. Das hast du so derbe auf den Punkt gebracht. Würdest du es jetzt, gibt's, hat sich da in der türkischen, deutsch-türkischen Welt sozusagen viel verändert, dass jetzt du viele neue Namen dazunehmen könntest? Oder sind so viele von den Namen, also sind ja alles noch aktive Leute? Weißt du, Bülent Ceylan und sowas hin und her. Ist da für dich so... Könntest du noch ein Update geben, was komplett... Weißt du noch? Bestimmt gibt's jetzt nochmal ein, zwei neue. Äh, und was du nicht vergessen hast, der Song ist schon länger her. Jetzt ist natürlich das deutsch-türkische Verhältnis nochmal so anders. Zumindest in der Medienwelt. Das hätte man vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Schippe nehmen können. Das sind auf jeden Fall ein paar Elemente, die da noch hätten reinpassen können. Aber manchmal trifft man einfach so. Das war dann halt mal... Ja, das ist einfach so ein Ding, wo, weißt du, drei Strophen und jede Zeile hat aber immer irgendeine derbe Aussage und diese ganzen Vergleiche. Ich hab dann nämlich totgelacht irgendwie, den hab ich glaube ich gestern erst dann bei der Show gecheckt mit Fatih Akin. Hatte schon irgendwie jeden Kanacken vor der Kamera, aber anscheinend kennt er mich nicht oder so. Genau, genau. Ja, ich bin ein großer Fan von dem. Der hat ja jetzt auch einen neuen Film gemacht. Genau. Und er hat sich nie bei dir gemeldet. Er hat nie gehallert. Golden Globe nominiert oder so. Also richtig krass für einen deutschen Film. Dieser Krüger, ne? Er hat noch nicht gehallert, Digga. Er folgt mir auf Instagram und auf Twitter. Ah, okay. Aber gehallert wurde noch nicht. Mal gucken, ja. Aber das Schauspiel-Ding ist auch noch was, was auf jeden Fall weiter... Also sowohl die Serie läuft eh noch? Ja. Ist schon die nächste Staffel wieder in Planung und so? Die nächste Staffel, die haben wir ja gedreht dieses Jahr mit Ferris. Das waren fast 70 Drehtage, das sind sehr viele. Die Folgenanzahl wurde verdoppelt, weil es gut ankam irgendwie. Und die Hälfte der Folgen kommt Anfang nächsten Jahres, die andere Hälfte Ende nächsten Jahres. Und ich hoffe natürlich, dass es auch eine Staffel 3 gibt. Das ist auf jeden Fall was, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe. Ich habe auch das Gefühl, dass ich besser werde, dass ich in der zweiten Staffel besser als in der ersten bin. Auch während des Dingen, weißt du? So die erste Folge, zweite Staffel ist nicht so gut, also von mir, vom Spiel wie die letzte. Okay, ja. Man ist da drin, irgendwann vergisst du einfach die Kameras. Dann bist du so jeden Tag da, dann guckst du es nur kurz an. Irgendwann bist du so drin, dann haust du es so runter. Ich habe so eine krasse Ehrfurcht vor Schauspielern, das ist echt was. Also ich hatte schon auch viele Angebote und ich habe es immer abgelehnt. Ich habe jetzt ein paar Synchronsachen und sowas, finde ich cool noch, weißt du? Wenn man nicht beides kontrollieren muss, so Mimik und Stimmenkontrolle und alles hin und her. Aber overdupt man eigentlich alles, also die Stimmen. Alles, was hier in dem Raum spricht, ist dann auch wirklich der Sound, den man hört. Ja, nur in ganz seltenen Fällen, wo irgendwas nicht klappt oder wo gerade irgendwas stört, da musst du nochmal hin und das nochmal neu sagen. Krass. Ja, aber ansonsten lassen die das so. Du hast ja auch, was hast du noch schon gemacht? Bei mir dabei gewesen. Wirst du auch in der Staffel, die jetzt kommt? Genau, als ich zum Videodreh kam. Lass mich raten, du spielst einen Drogendealer? Ja. Ja, echt? Ja, echt einen schwarzen Drogendealer? Ja, klar. Was denn sonst? Ja, was denn sonst? Krass, Alter. Aber, aber bestimmt unglaublich. Ja, aber dafür Grauburgunder. Ein Drogendealender Afrikaner der Grauburgunder. Hammer. Auf jeden Fall. Black Excellence nennt man sowas. Ja, ich war anders. Ich esse auch Tartar jetzt und so. Ich war mit Robbe in Berlin, war mal schön Wiener Schnitzel. Ist das im feinsten Restaurant? Genau, 90 Euro hat das gekostet. Einen Schnitzel oder beide? Wir hoffen, dass Red Bull das noch bezahlt, weil das war auch recht. Hast du die Rechnung noch? Ich hab die Rechnung irgendwo. Kannst du verbal über Kamera jetzt die Rechnung einreichen? Ja, ich hoffe, Finanzamt Stuttgart guck mich zu und so. Ich tu das alles legal absetzen. Aber ich verkauf, ja, ich bin seiner, genau, zum Videodreh bin ich hin für Slam, diesen Song, den wir gemacht haben. Und das war so spontan. Hast du nicht Bock noch irgendwas zu machen? Dann haben die mir eine Tomaten, also so Ketchup hingestellt. So diese kleinen Mini-Versionen davon. Und die verkauf ich in dem Laden. An Ferris. Ja. Das ist Ferris-Laden. Aber ich darf nicht spoilern, ne? Ne, ich komplett. Aber das war schon... Das war schon zu viel. Das war schon gut. Und das... Okay. Ne, haben die mich einladen. Und ich muss echt sagen, Ferris und Echo spielen Hammer. Ja? Das ist echt... Hast du dich? Also bei dir, wir haben ja zusammen schon Videos gedreht. Ich muss erzählen vom Anti-Haltung-Videodreh, wo wir als korrupte New York-Cops, ne? Einen Tag lang in Berlin, also das soll aber aussehen wie New York, das machen, was korrupte Ami-Cops machen. Minderheiten abfacken. Das haben wir sehr erfolgreich in dem Videodreh gemacht. Und da gab's diese Szene mit Prostituierten. Und Robber hat einfach so... Die meinten so, ja, tu einfach so, als wenn du mit ihr redest. Das war aber richtig geiles Dialogschauspiel. Und die, die Prostituierte gespielt hat, war nämlich auch keine Schauspielerin, sondern einfach die Assistentin von dem Regisseur, die dann mal ganz kurz so aus ihrem Alltags-Outfit so zack, zack, hatte sie Hotpants und eine Fischnet-Leggings an und so. Und dann habt ihr so einen Hammer. Also ich war so, nehmt den Ton auf, nehmt den Ton auf. Und dann hat natürlich keiner dran gedacht. Dabei muss man sagen, sie hatte einen geilen osteuropäischen Akzent. Also das hat einfach gepasst, ne? Und auch, dass Leute verkloppen oder wie wir sie verhaften, so. Das kenn ich ja alles, ne? Also von daher wusste ich ganz genau, wie... Aber sonst standst du auf der anderen Seite. Ja, klar. Ja, genau. Es ist schon krass, wenn du eine Uniform an hast, ne? Du merkst, das verändert dich auf jeden Fall, ne? Und wenn du auch noch eine Waffe hast und so, weißt du denkst, oh, wenn ich könnte diese... Also das muss schon krass verantwortungsvoll sein, um damit umzugehen und nicht irgendwie beim Ehe-Streit deine Frau zu erschießen oder so. Also Robbe ist auf jeden Fall ein Naturtalent. Ja, ne? Der hat auch da direkt... Der kann direkt loslegen, so, ja. Ja. Wie gesagt, ich brauch bei der Staffel erstmal so, ne? Aber der kann da direkt umschalten. Ist auch so einer, ja, wenn ich mal über Robbe sagen darf. Der könntest du wahrscheinlich überall rauslassen. In jeder Stadt, an jeder Straßenecke, wenn du den alleinlässt und wenn du wiederkommst, hat der da direkt Freunde gefunden, weißt du, oder ist der? Ich bin so ein asozialer Mensch. Der hat so ein Sozialverhalten, der kommt mit jedem, klar. Das muss immer jemand für mich regeln, wenn wir irgendwo hinfahren und mein Cousin haben, der ist voll der kontaktfreudige Typ. Das ist so einer, den schickst du weg und kommt mit drei, vier Leuten wieder. Das sind so Friends for Life dann. Ja, ich weiß nicht, der spricht halt auch acht Sprachen und so, der findet immer einen Zugang, und ich bin so eher der Typ, der in der Ecke sitzt und eigentlich seine Ruhe haben möchte. Wenn jemand kommt und was Kluges sagt, dann interessiere ich mich. Ich glaube auch, was Eko meint trotzdem, so diese Art von Persönlichkeit, weißt du, wenn du irgendwo so in einen Raum kommst oder auf ein Set, es gibt ja auch andere Leute so auf, ey, hoffentlich sieht mich keiner, du bist schon, weißt du, takest schon einmal das Spotlight, aber auf so eine positive Art, weißt du so, und redest dann mit allen. Also du kennst das auch anders. Es ist schon was anderes, wenn wir irgendwo reingehen, als wenn du mit... Ich meine, du kommst direkt mit denen ins Gespräch, Bruder, ja. Ich weiß nicht, ich bin so gemein. Nee, egal. Gut, jetzt haben wir das auch durch. Was ich dich noch fragen wollte, Eko... Therapiestunde weiter, okay. Eko, äh, was ich richtig gefeiert hab neulich auf deinem Insta war auch diese, wo du so mit so krassen Pro-Wrestlers aus den Staaten so ein Rap gemacht hast, wo du, du hast immer was gerappt über diesen Wrestle-Event, der kommt, und dann haben die immer welche... Lederhosen. 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 Ja, ja, ja. Das war ein super, super guter Clip und dann ist mir aufgefallen, dass das echt sich auch so durchzieht, ne? Das ist wirklich so eine Leidenschaft von dir, ne, dieses Wrestling-Ding? Ja, ich guck das gerne, das ist irgendwie wie eine Soap für Männer ein bisschen, ja. Ja. Ich hab das nie richtig verstanden, also man feiert dann einfach die Kunstform dieses konzipierten Dings so und... Also das sind ja keine echten Kämpfe so. Ne, du kannst da abschalten, einfach dir das reinziehen, so ein bisschen wie das, was wir gestern gemacht haben, ist das, ja. Das ist ein großes Spektakel. Deshalb meintest du auch die ganze Zeit, das ist wie Wrestling, ne? Das ist wie Wrestling, weißt du? Das ist ein großes Spektakel, eine Art Kampf wird dargestellt, weißt du, aber eigentlich jetzt keiner, wo die sich jetzt hassen, so, weißt du. Ja, es macht einfach Spaß und das Neue, das ist jetzt nicht so Indiana gegen Cowboy oder so. Und der Jektor! Und jetzt kommt der andere und er trifft. Die Grafik ist der Hammer. Ich kann's nicht glauben, man. Nächster Summer. Ich spiel in einer anderen Liga. MC? Ich spiel in einer anderen Liga. Oh. So, mal kurz gestopft. Es steht 5 zu 2 für mich. Okay. Und was? Aber Eko hat Ball. Eko hat Ball. Eko hat Ball. Und was? Es geht nach Zeit, oder? Ach, 6. Bis 6. Ja, wenn ich jetzt gleich treffe. Was ich machen werde? Nach vorne noch. Oh. Eko hat getroffen. Okay, 5-3. Jetzt geht's um die Wurst. Wie heißt der? Leva Ball. Ja. Ball. Foul. 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 Ungeschlagener Champion. Eko hat sich einen Korb geholt, aber er hat doch das Spiel noch nie gespielt. Was spielst du sonst? Ab und zu hast du auch so Games gepostet. Bisschen WWE. Okay. Aber ich hab eigentlich nie Zeit dafür. Ich nimm mir das immer vor. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich alles nicht machen würde, wenn ich so eine Leidenschaft hätte. Weißt du? Das ist immer mein Ding. Bestimmt 10 Beats weniger in der Woche, die ich dann mache. Letztes habe ich so eine Werbung gesehen von so einem Star Wars Spiel. Da dachte ich, das sieht aus wie ein Film, Alter. Das war schon richtig nice. Ja. Diese Game-Welt ist eh crazy. Die sind krass, ne? Die Game-Industrie ist auf jeden Fall größer als die Musik-Industrie von Umsätzen. Ich hab gehört, die ist so groß wie Musik und Film zusammen. Und Kino zusammen. Krass. Das ist crazy. Ja, Jungs, es war nice euch hier zu haben auf jeden Fall. War auch richtig derbe, das Ding gestern mit euch zu machen. Obwohl eben so ein paar Schattenseiten noch an diesem Event waren. Aber sonst hat es mir tierisch Spaß gebracht. Was macht ihr jetzt? Habt ihr die Ferien? Oder ist euer Jahr zu Ende offiziell? Ja, du hast ja gesagt, ich muss ein Mixtape schreiben. Genau. Das muss ich fertig machen, bevor die Tour anfängt. Von daher, ich bin so busy. Ich werde Weihnachten wahrscheinlich schreiben. Ja? Nice. Ich schreib dir dann trotzdem auch. Ich schreib dir Merry Xmas. Merry Xmas. Du kannst schon Chris sagen, wenn du willst. Ne, ne, nicht Christmas. Ne? Das ist rassistisch. Okay. Ich bin so gut wie durch. Ich habe mir vorgenommen, noch vielleicht ein Dankes Video. So ein kleines, so ein kleines Videoclip vielleicht für Neujahr zu machen. Um das ganze Jahr irgendwie nochmal den Fans zu danken. Ein Exclusive Track, den du einfach raus hast. Genau. Und dann gucke ich mal. Nächstes Jahr, wenn ich mit Mucke wieder anfange, sage ich euch Bescheid. Ich muss noch ein paar Beats von dir picken, Alter. Ja, voll. Das habe ich immer vorgehabt. Das habe ich noch nie gemacht. Rob und ich waren auch neulich schon so auf. Eigentlich sollten wir Echo mal zwingen, dass er uns als Executive Producer für sein Album nimmt und wir einfach Beats picken, du bei mir aufnimmst und so. Das Zauberwort ist zwingen. Ja, zwingen. Genau. Ich hätte nichts dagegen. Ihr seid für mich so, also ich bin da relativ isoliert. Ich habe gar keine Einflüsse. Ich bin immer der, der alles sagt, wie wir das machen, was wir das machen. Weißt du, was ich meine? Weil es auch gar nicht so viele gibt, wo ich jetzt sagen würde, ja stimmt oder sonst was. Ich habe gar nicht diese Sachen. Wir hätten Bock. Wir hätten Bock, Digga. Lass darüber reden, sobald die Kamera aus ist. Weißt du noch? Reden wir über die richtig interessanten Sachen, wie immer. Wenn wir zusammen machen. Ja. Und gestern während der Show kamst du so an 08 Walzer spielen. Lass mich den jetzt einfach spielen. Ja. Willst du ihn jetzt spielen? Ja. Ja, ne? Ja. Ich finde, heute musst du den Gottverdammt 08 Walzer hier spielen. turn that back. Uhhhh. Okay body baby, ihr dürft natürlich auch aufstehen und ein bisschen bouncen. Wer hat den Bounce. Der ist König und der ist der erste Track nach dem Intro auf dem Neustrad. König von Deutschland. Dankeschön! Von Integration bis King der Nation. High Five. Und wir haben natürlich wieder den guten Horst am Start, der Sie am Klavier begleitet. Horst, also ich habe viel Feedback für dich bekommen, Horst. Komm, wir laufen übers Meer. Wir schwimmen durch das Land. Lass uns Unmöglichkeiten möglich machen. It's Janet. Dankeschön! Hammer! Das Original gibt es eben mit einem bisschen fetteren Beat sozusagen. Der zufällig von mir produziert ist. Lansch für mein meister Song ist auch sehr schön, aber eure Version war geil. Hammer gesungen, Demi auf jeden Fall. So genau, Laurin hat bei uns letztes Jahr, also dieses Jahr, diese wunderschöne EP rausgebracht. Schmuck, spielst du was von dieser EP oder was? Ja, den Song Schmuck tatsächlich. Gibt's den? Ja, wir haben ihn nur so genannt, weil falls die EP tschulde, dann musste ein Song auf der EP auch so heißen. Ah ja, stimmt. Wir haben den dann umbenannt. Eigentlich heißt der Song, was wir nicht brauchen. Irgendwie auch karma-mäßig. Und er hat auch nichts mit Schmuck zu tun, also es war ein reiner... Das Label hat mich gezwungen. Gib mir was von einem teuren Scourge. Bitte rasch, bitte pur, ohne Eis, bitte. Der shit scheint mir zu Kopf, als ob ich mein Bewusstsein erweitere. Noch ein bisschen von diesem da. Eine schicke Cohiba, ah. Gib mir dies, gib mir das, gib mir die ganze Stadt, gib mir die neuen Sneakers, ah. Einen Sprung in den Pool. Massage-Session. Sehr schön. War geil. Komm mal. Jetzt haben wir einen Mann hier. Ich bin real und rolle auf während der Euro-Krise, weed pur. Alle eure Leute machen toll Musik wie Spieluhren. Buch die Royal Suite, der Räumung zieht's aufs Street-Tour. Dein Shit ist höchstes Lid, stepp ich den Joint in die Benzinspur. Yeah, 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 yeah. Schönen guten Abend. Ich hab mir die dickste Jacke im Schrank gegrabt. Ich muss den Alkohol von gestern loswerden, Alter. Ausschwitzen. Ausschwitzen. Ja, Mann, und ich erinnere mich noch an so'n Redman-Auftritt bei YoMTV. Das merkt man, Digga, das ist richtig nice. Musik, Digga, hat kein Genre für mich. Wenn Boom-Bap ist, dann ist Boom-Bap. Wenn das ist, dann ist das. Du weißt. Ich muss den Alkohol von gestern loswerden. Alles Infokatte. Das ist eine ganz spannende Frage. Du weißt, wie in der Alkohol von gestern loswerden, nicht immer noch einmal aus. Ich muss den Alkohol von gestern loswerden. Es wird den Alkohol von gestern loswerden und noch einmal aus. Das ist alles über den Alkohol von gestern, Untertitelung des ZDF, 2020